Die kleine Finger weg, da hinten die kleine Finger weg, dann kann ich die ganze Hand verletzen. Halt! Halt! Halt, die sind auf! Die ist doch nicht auf! Die ist doch nicht auf! Die muss ich wieder nehmen. So, ja jetzt. Kann ich noch nicht aufklappen? Nee, ja. So ist gut. Oh!